Hallo meine liebe Freunde und Freundinnen, ich hoffe euch geht es alle gut. Mann, 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 war das gestern Abend aber noch stürmelig gewesen. Ja, ich bin noch immer rausgegangen und hab noch immer Pipi gemacht, das Bensche gehebt, aber dann im Affenzahn bin ich sofort wieder renngesaust. Ja, weil das hat mich fast umgepustet. Ja, hat mich fast umgepustet. Mensch, da kriegst du ja Angst. Was war ich so froh, dass ich nur so kleine Ohren an? Wenn ich größere Ohren gehabt hätte, wäre ich weggeplost worden. Ja, da hätte ich keine Gucke, wie ich wieder runterkomme. Mann, 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 meine Frau Linz hat auch gesagt, ganz schnell wieder renn, mein Schatz. Aha, und mein Herrscher hat gestern oft alles versucht, festzuhallen und festzuhallen. Das uns also nichts vor die Flieche tut, ne? Aber da ist nichts passiert, naja, also mir im Saarland sind ja nicht so schwer betrifft gewesen, verstehe ich? Ja, aber es war schon ganz schön heftig für so ein kleiner Kerl wie mich, ne? Ja, ne? Ja, aber ich hoffe, euch geht's all gut und ihr habt's all gut überstanden. Gelle, könnt ihr mir immer Bescheid sagen. Also ich wünsche euch heute ein schöner Da, ne? Ohne Sturmes. Bis dann, tschüss, euer Merlin. Bis dann, tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020